Schön, dass Sie uns auf unseren Internetseiten des Springhansenhofes in einem wildromantischen Schwarzwaldtal, dem Ibach-Tal, besuchen. Unser schöner, gemütlicher Bauernhof mit vier geräumigen, komplett eingerichteten Ferienwohnungen in sonniger Lage ist ein Geheimtipp für Ihren Familienurlaub in Oppenau im schönen Rentschtal im Schwarzwald. Lassen Sie Ihre Kinder hauptnah unseren Bauernhof im Schwarzwald mit all seinen Reizen erleben. Heu, Wald und Wiesen riechen, auf unserem Spielplatz spielen, Ponystriegeln und reiten, auf Bäume klettern oder im Bach tollen. Im Stall helfen, einmal auf dem Traktor mitfahren, Picknicken, Grillen und neue Freunde finden. Also ideale Voraussetzungen für einen Familienurlaub mit Kindern. Viel Natur, aufrichtige Gastfreundschaft, den bäuerlichen Tagesablauf hautnah miterleben und dazu in geschmackvoll eingerichteten vier Sterne Ferienwohnungen in Oppenau im Schwarzwald zu Hause sein, das nennen wir Urlaub. Schauen Sie uns doch auch über die Schulter beim Bauernbrotbacken auf dem Springhansenhof. Ein Genuss. Ihre Geschmacksnerven werden Purzelbäume schlagen. Dazu das typische Schwarzwälder Vesper. Auf einem tollen Vesper-Teller angerichtet wird die ganze Ferienfamilie. Und zu diesen kulinarischen Höhepunkten eine besondere Attraktion unseres Hofes, die Gold-, Silber- und Bronze-prämierten Edelbrände, die wir in unserer eigenen Hausbrennerei nach alten Rezepten herstellen. Wie auch verkostet und natürlich gekauft werden können. Ebenfalls ein beliebter Aufenthaltsort für unsere Gäste ist das Brennhiesli. Eine rustikale Hütte, in der kräftig gefeiert werden kann und das Häusle auch mit Matratzenlager im Dachgeschoss vermietet werden kann. Lust auf Schwarzwald? Auf neue Freunde? Auf Natur pur? Wir freuen uns schon heute auf Ihren Besuch bei uns. Ihre Familien Andreas und Katrin sowie Martin und Maria Springmann Wir freuen uns schon heute auf Ihren Besuch bei uns.